Hallo Leute, ja heute gibt es mal ein Reaction-Video. So, das gab es ja noch nie. Wir haben einige Abonnenten das Video von Broken Thumbs TV zugeschickt, das ist so eine Parodie von mir und gomma.de ist. Und ich habe mir die ersten paar Minuten angeguckt, das ist insgesamt 17 Minuten lang, und ich musste mich so wegschmeißen, also ich musste wirklich richtig lachen. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich jetzt einfach ein Video, wie ich darauf reagiere und dann nehme ich es einfach mal auf und zeige euch einfach die besten Stellen oder so. Ähm, das Video von Broken Thumbs TV, ähm, also die Parodie ist in der Videobeschreibung verlinkt, und die haben noch eine Parodie gemacht, die schon etwas älter ist, vielleicht kennen die manche, da töten sie alle, äh, Ungeheuer, also gehen die auf Ungeheuerjagd. Also beide sehr cool gemacht, ähm, ich gucke mir jetzt einfach mal das Video an. Und, los. Boah, ist das ein kleiner Hurensohn, wer nicht? Hallo, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Clou-Runde. Hey, ho, Minecraft-Freunde, heute spielen wir wieder Trouble in my way. Also, Komme ist mega gut getroffen. Aber das, das ist das Krasse, die ersten drei Minuten lacht der eine jetzt durchgehend einfach, der mich da abstellen soll. Der, der lacht, guck's dir das auch gerade an. Meine Freundin guckt uns auch gerade an. Ich bin's wieder, euer Pommes HD, und bei mir ist er umgebumst, ne? Heute stellen wir euch mal die neue Map hier vor, wie heißt sie? Skutampel, ne? Perfekt, perfekt getroffen. Und jetzt lacht er ein, dass er kiescht nicht rein. Hey, ho, Minecraft-Freunde. So dumm gemacht, einfach nur, dass es schon wieder geil ist. Ja, 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 hallo, hallo, Pommi. Hallo, Pommi. Ich hab gar nicht so eine hohe Stimme, oder? Ey, hab ich so eine hohe Stimme? Ja, Mann, hier, hier, hier kann man schon sehen, wie Clou ich bin. Ich hab nämlich nur von den Bogen. Erstmal möchte ich euch erklären, worum es hier überhaupt geht. Schritt 1, man nimmt den Penis in die Hand und steckt ihn umgebumst. Wir sind so, so behindert. Ich wollt grad sagen, also 2 nehmen dich nicht. Ja, meine Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Clou-Runde. Aloha, Leute. Und weiter geht's mit der Clou-Runde Nummer 2. Auch das am Anfang. Hey, ho, Minecraft-Freunde. Gar im Zaun und so. Heute spielen wir Trouble in meinem Wund. Wir sind gut getroffen. Ja, wie man schon gehört hat, bei mir ist Pommi und ich bin umgebummst. Nee, umgebummst. Jo, Leute, ich bin's, der Pommis HD. Wäre geil, wenn ihr mich abonnieren würdet. Wenn euch dieses Video so gefällt, würde ich mich sehr über einen Marken. Ich freue mich. Das ist gleich über einen. Das stimmt. Scheiß Dreck. Ja, also das war jetzt mal eine schöne Ansage. Schaffen, schaffen wir die 7 Millionen Likes dafür, dass ich mir die nächsten Dill nur den Arsch rappe. Also ich und meine Minecraft-Freunde denken, dass weil du dabei bist, wir auf jeden Fall die 7000 Dislikes kriegen. Oh, bitte. Deine Minecraft-Freunde. Wie der eine abgeht, das ist krass, das ist am Video. Das ist so unglaublich schlecht. Boah. Sterb. So, da sind wir schon in der Runde und sehen, dass wir Sachen weggesnackt bekommen. Und da... Oh, der... Oh, das ist aber so... Habe ich so eine hohe Stimme? Oh, nein. Oh, nein. Ich verstehe. Hallo? Also bist du deutsch, da rede ich doch schon. Das hier wird meine 11.000 Karma-Runde. Ich habe 11.000 Minecraft-Freunde. Ich habe 11.000 Minecraft-Freunde. Wie dumm. Scheiße, Alter. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr uns auch gerne dieses Video teilen. Abonnieren. Abonnieren. Was? Dann könnt ihr uns das Video teilen. Ja. Bam, Junge. Das krasse ist auch, wie der einfach... Ah, ich bin so geil. Ah, ich bin so geil. Einfach auch random, einfach jeden tötet. Hey, der war mein Sohn. Hey, nein. Der sagt ja immer nur... Hey, hey, hallo, meine... Hallo, meine Innocent-Freunde. Heute zeige ich euch mal den Tester. Ich bockse dich da mal rein. So, seht ihr den hier? Seht ihr den? Der ist auf jeden Fall Innocent. Deswegen töten wir den. Ja, also ich habe jetzt auch gar keinen Bock mehr, ne? Also, ich bin ja Pommes HD. Und ich habe auch das Gefühl, dass... ungebummst ein bisschen von mir gepusht wird, ne? Weil ich würde kommen auch erst in einem meinem Leben ein Video gemacht. Ja, ich habe ihn noch so geil. Die Internehm ich auch. Hat mich mal getroffen. Ich sage das, es wird mal der... Ungespielt Moment. Zeitlupe. Matrix. Was? Das hat er voll oft schon gemacht. Ungespielt Moment. Ja, das ist so das retardierende Moment halt. Boah, warte, warte, der hier. Auf jeden Fall. Ey, lass meinen... Infecte-Freund. In Ruh. Der war auch noch Innocent. Das war ein Innocent-Freund von mir. Ey, ich habe Backe. In Ruh und Sohn. Ich kriege das doch hin, dass es meine 11.000 werden. Ich finde es irgendwie so geil, dass die einfach alles werden. Schöpatele, Bruder. Ich mache so viel K... Hallo, Freunde. Ne. Aloha. Na, los geht ab. Ich hoffe, ihr habt euch heute mal im Scheißen wieder schön in Arnus abgewischt. Heute haben wir wieder eine neue Klohunde. Und bei mir ist der Pommes-Hardy. Wie kann man das lustig finden? Ich finde es so lustig. Der Pommes-Hardy. Oh, das ist so traurig. Ich wette, das findet ungefähr so niemand lustig. Nur wir beide. Ich finde es auch lustig. Ja, man sieht schon... Ja, man sieht schon... Hier sind die meisten... Der redet nicht mal mehr so. Keine Ahnung. Der sagt, Aloha, ich habe einen Schwanz im Arsch und los geht's. Genau das sage ich. Hilfe, Hilfe. Aloha, liebe Freunde. Ich habe einen Schwanz im Arsch und los geht's. Hol dir mal lieber Hilfe von deinen Minecraft-Freunden. Heyo, Minecraft-Freunde. Man hat jetzt mal gesehen, dass ich gestorben bin. Und ich zeige euch jetzt hier diese neue Map. Von Vareide aufgebaut. Ja, und so sieht's so aus. Und ich habe auch gar keinen Bock mehr auf euch fotzen, ne? Ja, das ist jetzt auf jeden Fall eine bessere... Hallo und herzlich willkommen zu Klo-Runderin Nummer 3. Hier mit Pommi-HD. Heyo, Minecraft-Freunde. Ich habe überhaupt keine Lust, den Ungebumst aussprechen zu lassen. Ja, ey, würdest du uns nicht übergeben, wie das funktioniert? Ja, ich weiß es selber nicht. Ich weiß nicht, warum ich lache, aber ich find's so geil. Ich muss nur lachen. Ich habe gehört, sie haben gerne Schwänze im Mund. Das ist so dumm. Ja, auch in meinem Anus. Und schon wieder Clockwork Island, oh nein. Ich habe letztens an deine Mutter gedacht. Als ich... Als du mir in den Arsch gefickt hast. Ich habe dir in den Arsch gefickt. Ja, sonst hättest du mich doch nicht gepusht. Ich pushe dich von der Bettkante. Ja, das war nicht schlecht. Alter, das ist so schlecht, was wir hier von uns gehen. Liebe Minecraft-Freunde, egal wie schlecht dieses Video ist, ihr dürft es gerne disliken. Genau wie bei unserem Hanga-Games-Video, wo wir gesagt haben, dass... Das, das, hallo, hoher und herzlich gekommen. Die... Die sind so dumm, die Typen, oder witz? Ich hab grad Identitätsstörungen. Nee, bald kaum. Nee. Du und so. Schon wieder tötest du den ersten Besten. Und 20 Kammer. Könnten sie diese Fäkalsprache bitte einfach mal... ...sein lassen? Schon mal mit deinem Minecraft-Freunden. Hier, der mit dem blauen Namen ist Traitor hier. Der da? Nimm den, nimm den, nimm den auseinander. Ja. Komm mir. Mach ihn kaputt, Junge! Nein, nicht den. Den anderen, den mit dem Grinsegesicht, der jetzt rausgelaufen ist. Der da. Der mit dem blauen Namen, Alter. Ja, Alter, der mit dem blauen Namen, genau, mit dem Updifine-Cade. Den, ja. Hast du bekommen? Alter, umgewumst. Ich schwöre, Ghosten for the win, Alter. Okay, mehr mehr Ghosten hier, ne? Ja, wir sind umgewumst. Ich sag dir noch was, Eichelfrau ist eigentlich ein Mann. Ja, ungespielt, wer kennt's nicht, Ghosten ist immer aktiv. Ja, also der ist übrigens in das Sinn, ne? Achso. Hier, die mit dem blauen Namen, ne? Muss testen gehen, auf jeden Fall. Test or die, Alter. Test or die, Alter. Hahaha, ich singe Detective in Tesla, voll gut. Test or die. Okay, die. Schreib noch, okay, die. Mach das in die Fall, Detective. Okay. Achso, ich hab's der nächste. Übrigens, auf dem Dach ist ein Traitor, was ich schon mal gesagt hab. Ach, da ist auch noch ein Traitor. Der, 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 der da. Der, dreht dich um, dreht dich um. Der wird dich kehren von ihm. Der, der ist Traitor, der blaue, ey. Der blaue, Alter, ich schwöre, soll fahren, ey. Alter, der soll... Guck mal, der Detektiv geht sogar testen. Jetzt kann ich ihn nicht töten. Schau mal, Bruder. Ja, okay. Und schwer. Das war's mit der... Äh, Klorunde, mit den Klorunden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Mag-Ich freuen. Schaffen wir die 7000 Likes für dieses geniale Gameplay und für diesen tollen Stagast-Pommi. Bommi, ey. Und, äh, ja, dann natürlich favorisieren, abonnieren, teilen, sterilisieren, masturbieren. Und... Ficken. Ganz dringend. Ficken, ganz dringend. Hallo? Habe ich gar nicht gesagt, Alter, das cutte ich nachher raus. Danach, da kommt einfach so... Ficken. Das ist geil. Ja, äh, auf jeden Fall, sehr, sehr schöne Klorunde. Ähm, dazu muss ich jetzt noch sagen, falls die Leute auf die Idee kommen, äh, ungespielt hat, das Video jetzt rekommentiert, die werden jetzt Fame oder so, äh, das gleiche mache ich es auch. Beim ersten Mal ist sowas witzig. Ähm, falls jetzt Leute das nachmachen oder so, ihr müsst nicht erwarten, dass ich das Video dann auch irgendwie, äh, kommentiere oder auch darauf reagiere, denn das ist jetzt keine eigene Idee mehr. Ich fand die Idee jetzt ganz lustig. Ich fand auch Gomme und ich wurden an vielen Stellen gut getroffen, wobei hauptsächlich immer nur die Begrüßung, äh, parodiert wurde. Halloa und heyo, Minecraft, Freunde. Dann gab es noch zwischendurch ein paar Sachen. Ich fand es insgesamt ein bisschen zu lang, 17 Minuten, äh, am Ende war nicht mehr so viel drin. Aber, äh, ich fand es auf jeden Fall lustig, die Idee war cool. Und, äh, ich werde jetzt die Broken Thumbs TV Leute mal abonnieren. Äh, ich freue mich auf neue Videos von denen. Also, die machen auf jeden Fall gute Sachen, haben guten Humor. Ähm, was ich aber noch sagen möchte ist, die haben oft, äh, als Parodie noch eingebracht, ähm, bei diesen Lasten mag ich da. Abonnieren, favorisieren, teilen. Also, sowas habe ich noch nie verlangt oder noch nie irgendwie darum gebeten, weil ich finde es auch furchtbar, wenn es dann irgendwie darin hingeht, oh, teilt das Video, favorisieren, abonnieren und so weiter. Das wird dann, ähm, also finde ich ein bisschen aufdringlich. Ich schreibe oft in die Kommentare, also oben so ein, so ein Einschreiben rein, äh, falls euch das Video gefällt an der coolen Stelle, lassen mag ich da, weil ich mich auch drüber freue, einfach über eine Resonanz. Das finde ich auch absolut nicht schlimm. Es gab jetzt auch oft noch die, äh, Diskussion bei vielen YouTubern, dass unten drunter dieser Text, äh, schaffen wir so und so viele Likes, dass das irgendwie, äh, total scheiße ist, dass man dann, zu liken und sowas hingezogen wurde, da wollte ich sowieso mal ein Statement zu lassen, das passt jetzt eigentlich in dieses Video sehr gut rein, ähm, also ich finde, dass mit denen schaffen wir so und so viele Likes eher ein Ansporn, das hat Sironik auch schon mal so gesagt, aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt, ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr findet, das nervt mehr, dass ich zum Beispiel sage, schaffen wir 100 oder 200 Likes für irgendwas cooles, äh, dann lasse ich's, ich fand's bis jetzt irgendwie, also, mir persönlich hat immer sowas, mich hat sowas nie gestört, aber, äh, ich bin da gerne offen für Kritik in der Richtung, ja, weil es solchen aufwendigeren oder guten Videos freue ich mich natürlich über positive Wertungen, das ist ja ganz klar, aber, äh, ich wollte einfach eure Meinung erfragen, ja, auf jeden Fall, äh, hat's Blokensamstie wieder's cool gemacht, ähm, schaut auf jeden Fall auf ihren Kanal vorbei, in der Videobeschreibung ist das Video, die Parodie und auch die, wo die die Ungeheuerjagen verlinkt, ja, wenn's euch gefallen hat, äh, das 7000 Magistar, yeah, vielleicht schaffen wir die 7000 Likes, äh, ja, hi, hier ist wieder, Aloha, hier ist wieder euer Ungespielt, Schwanz im Harsch und so, okay, ciao Leute!